Hallo, ich bin Flissi. Ja, und was wollte ich sagen? Ich wollte nur wieder ein Video auf meinem Kanal bekommen. Und zwar geht es darum. Was ist in der heutigen Zeit wirklich wichtig? Die inneren Werte für euch sind. Mädchen, äh, Mädchen sollten nicht, ähm, wie soll ich das jetzt sagen, ähm, sollten nicht auf das schauen, was, äh, was jetzt, ähm, 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 das hübscheste ist. Das ist das Tollste, das bringt sich. Ähm, man sollte, ähm, man sollte versuchen, und schauen, dass man gewisse Werte hat. Mädchen sollten sich nicht auf den Wert verkaufen. Das bringt es nicht mehr. Das weiß ich am besten. Ich bin jetzt nicht die Hübscheste oder die Tollste oder was auch immer. Und dann sage ich mal, ja, ähm, ihr solltet einfach darauf schauen, dass ihr euch, dass ihr, dass ihr ihr selbst seid. Und, ähm, wie soll ich sagen, nicht versuchen, jemand zu sein, der auf dem Magazin ist, der jetzt ein Supermodel ist, der jetzt solche Maße hat. Und, ähm, ihr solltet einfach versuchen, es euch, ihr selbst zu sein. Das meine ich so, wie ich sage. Ja. Und, ich weiß, es sind nicht sehr oft Videos von mir, und ich will jetzt einfach versuchen, ein Vorbild zu sein, ein positives Vorbild. Und es hilft mir auch, mit euch zu sprechen. Ich meine, ich sehe euch nicht, ihr seht mich, und es ist mir auch relativ, ja, gell. Aber schaut einfach, dass ihr jemanden findet, der euch akzeptiert, ob das jetzt ein Freund ist, ein Freund. Ob ihr jetzt verrückt seid oder nicht, seid einfach ihr selber. Und wenn ihr Papierlust zu viel habt, ja, dann habt ihr Papierlust zu vieles gehabt für euch. Na, geht das nicht so, liebe Lust und Sterne im Staub.